Liebe Studentin, lieber Student, ich wünsche Ihnen alles Gute für das neue Jahr, für 2013. Jetzt hören Sie einen kurzen Text zu Kapitel 3, den Präpositionen. Ich werde Ihnen dann anschließend auch noch einige Aufgaben dazu stellen. Nun zum Text. Am 1. Januar hat wieder mal das neue Jahr begonnen. Damit es aber besser wird, geben wir ihm gern ein Motto. Mein Motto für 2013 lautet in diesem Jahr mehr Sport und weniger Stress. Am Abend, am oder vom 31. Dezember feiern wir an Silvester den Einstieg ins neue Jahr. Die meisten feiern auf Partys, im Restaurant oder im Kreis der Familie bei gutem Essen und feinen Getränken. Um 24 Uhr wird mit Sekt oder mit Champagner angestoßen. Wir wünschen uns für das neue Jahr nur das Beste. Insbesondere Gesundheit, beruflichen Erfolg und natürlich auch Glück in der Liebe. Dann geht es von den meisten Leuten hinaus auf die Straße oder hinaus ins Freie. Und bedachtlos, gedankenlos, werden die vielen Feuerwerkskörper in den Nachthimmel geschossen. Leider kommt es wieder und wieder in dieser Nacht zu zum Teil schweren Unfällen, weil mit den Feuerwerkskörpern unsachgemäß umgegangen wurde. Nochmals viel Glück für 2013. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und untertitelung des ZDF für funk, 2017